Hallo und herzlich willkommen hier in der Kochschule Berlin. Wir haben uns heute Abend hier versammelt, um ein Vier-Gänge-Menü für die Damen zu kochen. Untertitelung des ZDF, 2020 Schmeckt sehr gut. Das sind jetzt Maßstäbe, also den hätte ich jetzt so zweimal die Woche. Gibt kein Minus, war sehr lecker. War plus, war alles, war guter Geschmack. So macht Salatessen Spaß jeden Abend.